Also so sieht alles richtig geil aus. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich hab ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt. Und ich weiß nicht, ich hab jetzt wieder 30 FPS in der File-Datei. Ich hab das jetzt einfach alles angemacht. Wieder Enterlizing, Bewegungsunschärfe, also alles mögliche Spielereien. Und ich hab ein bisschen rumgespielt halt. Ich hab ein bisschen Test-Off genommen. Und wir können damit auch unseren Pod kaputt machen. Genauso wie, glaub ich... Ne, hier nicht. Doch, zwei Schläge. Aber was ich noch rausgefunden hab... Einere Schlagart. Und? Ne, so war es nicht. So. So, jetzt gehen wir jetzt mal zum Admiral. Und ganz... Oh, guck mal. Alter. Ach komm, das war ja so klar... Äh, lol. Na gut. Alter, das ist lila. Ja. Gott. Aber ich hab 30 FPS full. Also... Entweder hat sich mein Programm... Also richtig mit Schatten und Bewegungsunschärfe... Also die ganzen Spielereien. Und da hat mein Gamepad gleich gespürt. Dauner trug eine groteske Kopfbedeckungspazierung. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Ja, okay. Ruf ist wichtig. Also man sieht schon, dass es jetzt alles anders aussieht. Naja. Ähm. Wenigst eine kleine Verbesserung. Ähm. Admiral. Digga. Was ist los mit dir, hä? Du bist eine Schildkröte. Ach da, warum bist du so da am Arschteam reagieren? Naja. Ich glaub, wir sollten... Was soll mir das sagen? Können ihr unten eigentlich... Alter. Interessiert mich jetzt aber trotzdem... Ja, schade. Okay. Neue Gegnerarten. Hm. Okay. Oh. Ja, neue Gegnerarten. Oh, Antlantis. Na ja, nicht ganz. Wie ein Camper. Also können wir da nur rüberspringen. Ach schade. Ich hab gedacht, da müssen wir so richtig zerfetzen und so. Hier ist eine Luftströmung. Oder in dem Falle Wasserströmung. Und hallo. Oh, na. Du bist langweilig. insta. Dill. Dill. Ähm. Interessiert mich jetzt aber trotzdem... Listen. Ey, aber wo? Oh, jetzt kommt die Suche wieder. Ah. Dieses Hörn immer wieder dabei. Ich höre ihn jetzt gerade nämlich zum Beispiel nicht. Ah. Okay. Hier kommen wir anscheinend zurück. Mit ein wenig Skill überleben wir das dann auch ein wenig. Aber es läuft gerade flüssig. Es ist verrückt. Ja, okay, gut. Dann sind wir da. Ich denke jetzt einfach mal, just for the booms, dass ich da nicht rein will. Und mich mal eben umgucken will. Hallo. Da ist er doch. Zack, zack, zack. Ja, wie bescheuert ist denn das? Skill. Must be amazing. Also das, was ich nicht habe, klappt der jetzt auf einmal? Wow, das war so knapp. Gut. Meine? Meine. Boah, da kriegst du aber viel. Ja, Spiel. Wow. Gar nicht knapp. Ich glaube, da kann man aber nicht rein. Weil sonst wäre das anders. Und das können wir einfach so kaputt machen. Schade. Ich habe gedacht, dann musste man den Hammer ein bisschen. Eine Tür. Okay. Also eine Tür. Kapitel 2. Ähm. Okay, jetzt gehen die Frames ein bisschen runter. Aber sonst 30. Fast. Also jetzt in der Cutscene waren es eben 29. Ab und an mal. Alter, wie bescheuert. Was man eigentlich irgendwie umschalten kann. Das ist dumm. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das für ein Gegner? Hallo. Hallo. Ich habe dich eigentlich schon... Ich wusste so... Halb schon, dass es irgendwie mit den Boppen zu tun hat. Weil die ja agierbar sind. Und... Okay. Ah, okay. Gut. Das fährt sich... Fahren sich die Plattformen hoch. Ähm... Einfach... Einfach... Just... Just... For the... Oh... Just for the... Was macht das? Heilen. Was macht das? Heilen. Okay. Wow. Äh... Nur wohin? Wow. Keine Ahnung. Stimmt. Irgendwo können wir auch immer die Grinzelkarte aktivieren. Select war das. Bei mir hier auf der Tastatur. Tour. Ah. Ja, interessiert mich doch gerade ein bisschen. Muss ich einfach mal gestehen, dass... Äh... Da so... Free Points interessieren mich gerne. Nein. Hm... Hm... In welchem Unterwall kommst du runter? Okay. Das ist hart. Das ist... Wirklich hart. Also hoch. Gut. Das war's. Skill. Präventiv einfach schon mal... Ja... Diese Muschel, ne? Freut mich, dass du meine Meereswesen magst. Ein Fotograf imitiert die Dinge. Ein großer Maler fängt echte Ähnlichkeit ein. Dem Amateur hilft die Kamera dabei. Okay. Ah, das ist nur der Rückweg gewesen, der so einfach dann gehen soll. Ah. I can see. Ähm. Hopp. Hopp. Okay. Gut, gut. Ja. Frame Rate. Komm wieder hoch. Aber die Rückler sind, äh, anders jetzt. Ging er das damit auch auf? Nö. Also es ist wirklich nur... Also manchmal hilft der kleine Modus doch mal einfach, um sich umzugucken nochmal. So, weil man gerade so ein wenig hatte. Also es ist vollgepackt, das Spiel. Ich will wissen, was diese Flaschen auf sich haben. Was ist denn ein Frackstück? Okay. Cool. Cool. Hm. Das mag ich lieber. Ich weiß, dass ich noch ein bisschen länger Zeit habe. Was ist das? Seid ihr denn für ärztliche Viecher? Ich weiß, dass ihr Seepferd hier darstellen sollt, aber... Fassboden. Okay. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Hm. Etwas Sündiges, jede Wette. Wir müssen mal wissen, was eine Patina ist. Also die Musik ist aber epic. Ah. Also erstmal präventiv... Snipe ich jetzt mal darüber. Ähm. Ich springe hier aber rauf. Hol mir jetzt das Viech. Hm. Witzig. Diesmal wird der ja gar nicht angezeigt. Okay, der war jetzt auch zu einfach. Da flug. The fuck. Okay. Okay. Cool. Also, da geht's wahrscheinlich weiter. Ich darf mir nur nicht... Äh. Alle Wege, äh. Führen nach Rom, aber... Ich will natürlich Umwege gehen. Partina. Äh. Ich weiß nicht, was er damit meint. Das ist das Problem wieder. Ja, genau, Alice. Du kommst in der Treppe nicht hoch. Das glaube ich dir aber auch aufs Wort. Wofür führt das mich hin? Weiter runter. So weit, dass ich da gar nicht... Ah. Guck mal. Hier ist zum Beispiel ein Dings. Da geh ich doch als erstes hin. Wehe. Ihr habt mir jetzt wieder das Tür zugemacht. Vier Dreifalten hier. Also, Quiz zum Abschluss. Oder was? Hm. Hm. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Zeit. Alter. Alter. Also, der Hammer ist hier eine gute Wahl. Okay, der Hammer ist ja nicht sehr... Aua. Ihr macht aber auch einen Schaden. Alter. Jetzt habt ihr mich soweit. Jetzt... ist euer Ende. Erfolg. Ich hab den Zug verpasst. Aber der Zug... Mal die Rose Rot an. Okay. Ähm. Ich denke mal, das gibt uns irgendwann ein Lebens-Upgrade. Das sind so kleine Minispiele. Das ist... Das ist... Interessant. Das ist genau. Und jetzt... Ach, wie geil! Das hatten wir ja vorhin nicht. Ihr seht den Bildschirm. Das ist... Das ist nicht bei euch zu Hause. Schön wär's. Schön wär's. Cool wär's. Äh... Ich bin halb tot. Daher kommt das. Bin kurz vorn ab... Pimmeln. Ähm... Und... Äh... Ja. Deswegen kommt das. Und ihr seht, der Bildschirm repariert sich. Also... Das ist ein geiles Gimmick. Also... Hut ab. Ähm... Es macht's richtig... Gerade richtig Bock. Und ich muss die Folge jetzt wenden. Aber natürlich holen wir uns noch die Flasche... Flaschke hier. Und das... Kein Leben. Okay. Aber ich würd sagen, das war's wieder von Alice. Für gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie ich die Sachen schneide. Aber ich bedanke mich für's Zusehen. Und ich würd sagen... Bis dann. Rautereien. Und... Tschirio. Tschau.